Willkommen bei Renata Coaching und Image Consulting. Was ziehe ich an? Diese Frage höre ich sehr oft. Und das ist eine berechtigte Frage. Denn was ziehe ich an? Und was ziehe ich an? Ist die Antwort auf den inneren und äußeren Zustand eines Menschen. In meiner Arbeit geht es darum, Frauen in Veränderungsprozessen zu unterstützen und ihr Inneres und ihr Äußeres in Einklang zu bringen. Kommen Sie zu mir und entwickeln wir zusammen, was Sie anziehen wollen.